und herzlich willkommen bei 9 flash 8 ball pool und ich bin hier beim anstoß wer näher an die wand da kommt und ich bin näher gekommen man darf man darf die wand nicht berühren und jetzt gleich entscheiden ob er anstoßen darf und ich aber ich wieder anstoßen so und auch gleich ein paren geht zwei verschiedene aber ist ja egal und ich habe die vollen kugeln das spiel ist auf der website king.com ja hat das spiel ist auf der website king.com ja und ist unter der kategorie sportspiele sollte eigentlich klar sein so und jetzt will ich hier die gelbe rein werfen rennen werfen warum soll ich ein werfen sind ich bin baus geball naja so auf die grüne so oft die grüne und dann auf die blaue dann jetzt so scheiße nicht getroffen naja kein weltuntergang wir werden nicht erstellt nicht 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 scho dollar getroffen die rote habe ich auch fast getroffen die werfe ich jetzt rein nicht werfen kugel nicht rein ich glaube ich bin nichts gewollt denn triffst nicht triffst nicht triffst nicht sag ich ja wo weiß ich das nur ich bin mag oh wie schön aufgelegt oh mein gott sie gewinnen er hat aufgegeben gewonnen na süß so hier kommt jetzt werbung aber das will ich jetzt nicht anschauen so wurde 5000 mal gespielt das ist übrigens die lobby 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 komm nimm an nimm an spiel mit mir spiel mit mir spiel mit mir brav du bist vernünftig und spielst mit mir das unseren spiel spielen so auf gegner warten und los geht's wieder das gleiche so beim berührt doch die wand alter naja er hat gewonnen voriges mal habe ich gewonnen und was macht er ja ich habe ein geld drauf ein das bin aber nicht so ich habe wieder die vollen kugeln ich habe immer die vollen kugeln ist nicht komisch ich habe keine ahnung irgendwie schießen halt irgendwie bringt ein immer weiter triffst nicht so kann man nicht treffen außer zu viel luck das irgendwo hinschießt dann trifft aber genau das ist nicht der fall ich habe nicht getroffen ich will mich jetzt so das würde ich zu fleisch werden von der tiger es ist so schrecklich und gibt es so zu wählen es macht der macht zu ende schloch spielen ich schlafe hier gleich ein komm du darfst gerne weiter machen ja ich muss aufpassen so genau das was nicht geschehen sollte es passiert halt da gibt mir das am sack nein du triffst das nicht kapierst doch ich bin einer zu zweifel aber leid die 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 ich sage einfach nichts dazu hat das das ist die so es kann ich wieder kann rein werfen weil die schuss kugel dann wie mache ich halt eben so ist noch recht und trifft nicht kommt er wird jetzt nicht treffen nein du treffst nicht er trifft nicht er trifft ich bin einer der trifft alter genau verarschen verarschen der will nicht echt verarschen jetzt so viel lag halt dort ist es beim letzten es gibt es doch nicht jetzt trifft er die schwarze nicht so was wie er der trifft jetzt so er macht doch weiter so triffst du hoffentlich nicht alter es regt mich auf der so viel lack gehabt halt da es regt mich so was noch mehr lackers verstand ich mehr lack als verstand lützt spült könne nimmt doch an warum nimmt die alte nicht an sind die lützt spült ändert so kurzen cut bis weiter geht endlich so ähnlich ist jemand vernünftig geworden und hat angenommen ja wird ich ist mir schon klar ist mir schon klar dass du keine freunde haben hast endlich jemand das richtig macht und ich darf nicht zu lack haben wie der andere freuen quietsch quietsch jetzt glaubt er trifft ich könnte jetzt alles verprügeln was lebt alles so es muss gehen brav genau über zwei bald warum muss da genau da reingehen das kapieren wir nicht ich kapiere es nicht warum die fesse kugel genau da rein geht das loch das geht nicht in mein kopf rein warum ja das schlecht ja ich darf nicht so ein glück haben das rein geht ja komm regt mich halt halt so muss das sein ja ja jetzt komme ich das wieder nicht hin mache ich es jetzt so wieder scooby wo wäre es die schwarze reingang ich hätte euch so enthält gebrüllt ich weiß nicht warum so ein simples spiel mich so aufregt ja du bist schlecht so der geht nicht dran sage ich ja er will nicht er checkt einfach nicht das reingehen soll ist schon dumm der ball der ball ist dumm triffst nicht doch triffst nicht du triffst nicht nennen vergiss es du triffst nicht ja und bei ihm geht nicht die erste google rein ist schon klar ist schon klar ist auch so gericht das kann ich wieder nix reinwerfen ich brauche mein lineal komm ha schön so muss es sein ja sehr schön das um die so stehen jetzt machen bitte schlecht ich bin noch blau weil da nicht reingehen will nein du triffst nicht vergisst du hast kein talent ja komm wie wie hat komm ich mach die arbeit für ihn ich weiß alle kugeln von ihm rein ja so muss es sein ja so muss es sein und jetzt gewinne ich bin ein gewinner wo gewonnen beim in your face beim in your face 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 so so jetzt beruhige ich mich wieder chillen bei blacki so ich bin ich wieder zurück beim nächsten spiel ach bald warum ist jeder gewinnen da und ich nicht ja das war ein bisschen leicht was habe ich ihn gemacht dass er auf gibt ich habe doch nicht noch nicht mal geschossen das kinder wird schon raus noch mehr aufregt ja brav vernünftig ist der junge hier ich hoffe er wird nicht aufgeben dass es nur kugel hallo so warum schafft es jeder so gut stopp boah wie gut war denn das alter verwalter so 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 dann so so nicht so schieß, mein Junge du darfst schießen du darfst wie denn das bitte ich gehe auf Nummer 60 und gebe den Punkt ein bisschen weg so du musst jetzt da reingehen ich bin auf ja sehr gut mach weiter so ich glaube die schwarze kugel ist im weg ja sie war im weg naja danke so ähm ähm na komm ich schmerz für ihn kugel rein für ihn jetzt bin ich dann seine dritte wohltätiger mensch ich bin schon über 20 minuten ich würde das spiel gerne fertig machen noch komm jetzt da kannst du mal ein ende machen er musste alle treffen den trifft aber nicht jetzt da den blauen nein du hast kein talent nein nein das schaffst du nicht brav so so muss es sein so jetzt stört die schwarze kugel da alter alter alles kein problem für einen profi wie mich kein profi ja doch es war ein problem für ein profi für mich spaß nein du hast kein talent ja komm ja ich habe gewonnen ja ich habe gewonnen danke 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 das war's auch für die folge und bis zum nächsten mal ciao